Ja, Christian Schemeyer, Paterrapport, Beziehungscoach, Hamburg, Berlin von München und diesmal wieder bei Konto und Heben der Dembeziehung Liebe. Checkt auch gerne mal meinen neuen Podcast aus, die fünfte Dimension, wer sich mehr so für Randthemen der Wissenschaft interessiert oder auch spirituelle Themen. Und wer will, kann noch in die Selbstliebe-Challenge einsteigen. Ausbildung geht bald los, Paar und Einzel. Wenn euch dafür interessiert, macht manchmal auch Leute, die einfach nur so deeper gehen wollen in ihrem eigenen Prozess. Manifestationschallenge geht los und es gibt noch einen Platz im Bootcamp in Hamburg. Alles auf liebeschip.de Ja, heute haben wir eine echt coole Mail, weil die zeigt, wie kurz der Weg zwischen Pluspol und Minuspol manchmal ist. Also demjenigen, der so hinterherläuft und leidet und demjenigen, der ambivalent ist, fragwürdige Sachen macht. Und wie kurz der Weg ist, weil es wird immer mal wieder so suggeriert, häufig, auch auf Social Media. Vieles wäre so ganz klar, wer die Guten, wer die Bösen sind. Und wenn man jetzt so eine Mail wie diese kriegt, die ich wirklich hervorragend finde, also danke an die Mail-Schreiberin schon mal, sieht man, ja, so klar ist das alles nicht. Deswegen habe ich ja auch in dem Video gestern gesagt, zu sicheren und unsicheren Menschen, wir können nur sichere Menschen werden für andere. Wenn wir uns Opfer- und Täteranteile angucken und das macht die Frau ja auch und das ist auch genau richtig. Und bevor man immer meint, nur die anderen sind diejenigen, auf die man mit dem Finger zeigt, sollte man vielleicht auch mal einen Gedanken daran verschwenden, ob man selber nicht auch zu Sachen in der Lage wäre, wenn man Menschen datet, die, ja, viel näher an einem dran sind und denen man nicht hinterherlaufen muss. Weil, wenn du immer nur Menschen hinterherlaufen musst, oder musst, musst du ja nicht, wenn du immer nur Menschen hinterherläufst, musst du ja nie eine richtige Beziehung führen, ne, kannst immer in so einer Fantasiewelt bleiben. Und aber, wenn du eine Person hast, die dich auch will, oder vielleicht auch zu viel will, selber ein Plus ist, ja, da muss man auf einmal, muss man natürlich nicht, aber muss man vielleicht abliefern und stellt dann fest, Oh, jetzt bin ich derjenige oder diejenige, die auf einmal Distanz schafft. Uh, spannend. Habe ich vielleicht ein passives Bindungsangst-Thema? Sehr spannende Mail von Nip Trepschkola. Hallo Christian, nun war ich einige Zeit abstinent von dir und deinem Kanal. Böse, böse, böse. Ja, dann kann natürlich, also ich meine, das ist natürlich ganz schlecht, ne? Na, Spaß. Habe eine toxische Beziehung hinter mir gelassen und stelle mir nun die Frage, was ist denn Liebe nun eigentlich und woran erkenne ich, wer zu mir passt, wenn doch mein Ego, meine Programmierung das zu bestimmen scheinen? Naja, Liebe ist vor allen Dingen, wenn man immer das Beste für den anderen will, ne? Nicht für sich, sondern für den anderen, ne? Also, das ist jetzt eine eingeschränkte Definition von Liebe, aber das ist so eine Sache, ja, die finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte lange Beziehungen zu Männern, die eine hielt elf Jahre. Dieser Mann war emotional nicht verfügbar, wie mein Vater, der zwar immer da für mich war und alles für mich getan hat, aber emotional habe ich ihn nie erlebt. Ja, das heißt ja auch, ganz nicht verfügbar war er nicht, ne? Die Beziehung zu meinem zweiten Mann dauerte auch ein paar Jahre und hatte damals reingeschlagen, wie ein Blitz. Wahnsinn, wie verliebt wir waren. Nach drei Monaten realisierte ich aber, dass er ein Drogenthema hat und letzten Endes habe ich mich emotional von ihm distanziert und die Beziehung schlief ein. Gut, hier kann man ja auch schon sehen, so ein bisschen, dass du auch so ein bisschen Minus kannst. Du bist ja jetzt nicht pluspolig hinter ihm hergelaufen, so, ne? Aber nur mal so als Gedankenanregung. Ich wollte nicht mehr so verletzt werden und fing an mit deinen Kursen, Standardliste, Meditationen. Nun habe ich erneut einen Mann kennengelernt, kurz vor meinem Weggang aus der Stadt. Ich war davor abzuhauen, alles hinter mir zu lassen, saß er plötzlich vor mir. Ich war total betrunken, fand ihn heiß und wir gingen zusammen nach Hause und verbrachten zwei Wochen miteinander. Ja, ich mag so diesen realistischen Stil der E-Mail. Aber gut, jetzt mal ernst, betrunken, total betrunken, sollte man nicht unbedingt Datingentscheidungen treffen. Aber realistischerweise machen wir das natürlich und naja, was soll ich sagen. So, wir hatten beide Urlaub und es war eine schöne Zeit. Tja, wenn es euch Spaß macht. Ich muss sagen, dass mein Standard früher immer war, niemals am ersten Abend mit jemandem nach Hause zu gehen und Sex zu haben. Ich war eher vernünftig, verfügbar und committed. Vielleicht war er mein Schroheim, ein Teil von mir wollte gar nicht weg. Ja, guter Hinweis, könnte sein. Gut, mit dem Standard am ersten Abend Sex. Also, ist es nicht. Du kannst mit einer bindungssicheren Person, kann das gut gehen, am ersten Abend Sex zu haben und dann seid ihr vielleicht ein Leben lang zusammen. Aber klar, wenn man so zu Liebessucht tendieren würde, ist das ein gefährliches Spiel. Äh, ich bin nun auch von meinen Ausreisern zurückgekehrt. Ne, ich bin nun von meinem Ausreisern zurückgekehrt und wir könnten eine Beziehung führen. Also, das heißt, du wohnst so in der Stadt. Nun merke ich, dass ich anscheinend die Minuspolige bin. Hm, spannend, ne? Also, ich verstehe das jetzt so, dass du in dieser ersten Beziehung sehr pluspolig warst. Also, die zweite finde ich schon so ein bisschen, da warst du ja auch schon so ein bisschen, nicht ganz so pluspolig mehr. Vielleicht schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und jetzt bis zum Minuspol. Das ist übrigens ein Weg, den viele gehen in der Beziehung und dann denken, boah, what the fuck, was will ich denn nun eigentlich? Ähm, das ist echt spannend. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Er hat mir gestanden, dass er mich liebt und so richtig mit mir zusammen sein möchte. Ja, das ist doch genau, was du dir wünschst und du findest ihn sogar gut. Gut, jetzt könnten doch, äh, genau, Hochzeitsglocken läuten und alles gut sein, ne? Aber es ist halt nicht so. So einfach ist es nicht, weil sowohl Pluspole als auch Minuspole kreieren so eine Sicherheitsdistanz. Die Distanz bleibt eigentlich immer gleich, ne? Und das muss man mal einmal verstanden haben, dass sich das ändern kann. Ähm, er ist sehr lieb und will es mir recht machen. Er kauft mir immer extra genau die Sachen, die ich gern esse. Achtet auf jede Einzelheit. Neulich kaufte er mir ein Brot, was noch frisch war und ich äußerte, dass ich das total gern esse. Und damit ich am Wochenende davon abbekomme, hat er sich extra ein anderes Brot geholt. Ja, also ich verstehe schon, äh, also eigentlich ist das ja total nett, ne? Was auch viele Frauen immer sagen würden, genau, so ein Mann möchte ich, hätte ich gern. Und dann hat man so einen Mann und dann fühlen wir ihn nicht gut, ne? Gut, jetzt neben Bindungsthemen ist für mich auch ein bisschen die Frage, ist er in seiner Polarität? Weil das ist schon so ein bisschen, hört sich so zwischen den Zeilen an, dass es vielleicht nicht so ist. Das wäre natürlich auch nochmal so ein bisschen so ein Abwirk. Ähm, aber im Grunde genommen ist er ja sehr nett, ne? Gell? Ehrlich gesagt, mir ist das zu viel. Im Grunde ist das eine total liebe Geste, aber ich ertrage das gar nicht, nicht die ganze Zeit. Also die Frage ist ja, äh, hörst du das jetzt so auf dem Appellohr? Also das alleine ist ja eigentlich total lieb und nett, so, ne? Jetzt die Frage, hast du das Gefühl, du müsstest da irgendwas zurückgeben? Hast du das Gefühl, du musst auch so lieb und nett sein? Äh, das sind alles so Fragen, die du stellen musst, ne? Törnt es sich ab, weil er vielleicht nicht in seiner Polarität ist? Das sind alles so Fragen, aber an sich ist daran nix falsch, wenn er das macht, ne? So, einfach nur nett, ne? Aber so geht es übrigens vielen Minuspollen, die wollen nicht intentional böse sein oder so, sondern, ja, die fühlen sich dann angetriggert von diesem ganzen nett sein, lieb sein und, ja, fühlen sich dann ins Minus gedrückt und handeln auch aus diesem Minus, muss natürlich jeder Verantwortung für sich übernehmen, so, ne? Er rechtfertigt sich auch sehr viel. Gut, das ist definitiv nicht in einer Polarität. Also ein Mann, der in einer Polarität ist, rechtfertigt sich nur, wenn er wirklich irgendwas falsch gemacht hat, ne? Äh, beziehungsweise man nimmt Verantwortung. Und redet super viel dabei. Ja, so Oversharing ist auch nicht so sexy, vor allem für einen Mann. Sagt, dass er mich braucht, um sich sicher zu fühlen. Und wieder keine Polarität, äh, ich bekomme einen Fluchtreflex dabei. Was stimmt denn hier nicht? Naja, Mann, es ist, wie es ist. Also vielleicht ist er einfach, also das ist, was auch viele nicht verstehen, dass es nicht nur nicht gut ist, jemanden zu daten, der zu distanziert ist. Es ist auch nicht gut, jemanden zu daten, der zu nidi ist. Das kann einen noch viel mehr in Bredouille bringen, so. Man muss halt das Einhorn dazwischen finden, so, ne? Und das muss man halt anziehen, indem man die Arbeit für sich selber macht, so. Bei den anderen Männern hätte ich mich genau, dass der, mich genau das sehr gefreut. Bei ihm sorgt das für Beklemmung und ein Gefühl des Eingeengtseins. Ich lasse nun auch Verabredung Platz und suche Vorwählwände, um zu gehen, wenn wir zusammen sind. Na, jetzt fällst du dich wirklich so richtig aus dem Minuspol und das würde ich wirklich unterbrechen und beenden, weil das ist, das ist einfach auch gegenüber ihm letztlich nicht fair. Und, also, wenn du das nicht anders kannst, dann würde ich mich da echt rausziehen, so, ne? Es macht mir keinen Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Wenn wir miteinander schreiben, fühle ich mich ihm näher, als wenn wir uns sehen. Ist das nun mein Ego oder meine alte Autobahn, die sagt, auf der einen Seite, der ist zu lieb, passt nicht zu dir, zieht sich schrecklich an, hat eine hässliche Wohnung und auf der anderen Seite, dass ich jemanden brauche, um den ich sozusagen kämpfen muss. Ja, also, letztendlich, das kannst du dir auch nicht sagen, aber du sagst jetzt hier gleich mehrere Themen. Du sagst jetzt hier, zwischen den Zahlen, er ist nicht in seiner Polarität. Du sagst, deine Klamotten gefallen nämlich, das kann natürlich auch schon so ein bisschen Bindungsangst sein. Du sagst, du findest die Wohnung hässlich, das mag natürlich auch keine Frau. Also, vielleicht ist es auch die Menge aus verschiedenen Sachen, aber am Ende des Tages musst du ihm einfach sagen, jetzt, das passt nicht, sorry, ne? Also, schleif ihn nicht durch die Manege, mach nicht das, was vielleicht andere mit dir gemacht haben, ne? Und denke, das ist so die Frage, die das Universum an dich hat. Kannst du dich anders benehmen, als sich vielleicht Männer mit dir benommen haben, so, ne? Mir fehlt dieser Strill ein bisschen, die Schmetterlinge. Tja. Gut, so ganz ohne Schmetterlinge soll es eigentlich auch nicht sein, aber dieser Koks-Kokain-artige Strill, wenn man den sucht, dann darf man sich nicht beschweren, dass man in toxischer Beziehung ist, so. Aber die scheinen ja nur so koksähnig zu wirken und eine Liebeszucht auszudrücken. Wie soll das denn gehen? Ja, muss jemanden finden, anziehen, der weder koabhängig noch so minuspolig egoistisch ist, ne? Warum bin ich genervt von diesem Mann? Ja, also sicherlich macht er auch zu viel, aber ich würde das gar nicht so in Frage stellen, sondern also entweder er ist noch so in seiner Polarität und so in seiner Autonomie, dass du sagen kannst, hey, ich kann jetzt an meinen Bindungsangstthemen arbeiten. Oder du musst sagen, wonach sich das hier so ein bisschen mehr anhört, aber ich weiß es nicht, es ist einfach zu viel, es ist zu viel, was mich abtörend, so, ne? Ich erkenne gerade nicht, ob es mein Ego ist oder ob wir einfach für dich nicht zusammenpassen. Ja, Ego spielt da nicht auch mit rein, aber du kannst das ja nicht alles abschalten. Das innere Kind kann man nicht komplett abschalten, das Ego kann man nicht komplett abschalten. Man sollte es nur so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Aber natürlich wollen wir einen Partner haben, der einem gefällt. Also was du jetzt nicht schreibst ist, eigentlich ist er total hot und was weiß ich und ich bin trotzdem einfach ein bisschen erschlagen. davon, dass er mich wirklich will, dann wird das sicher nicht eine super Beziehung dazu arbeiten. Aber wenn du ihn letzten Endes nicht mehr attraktiv findest, was natürlich auch ein Bindungsangstthema sein kann, das müsstest du dann mal für dich mal bearbeiten, aber dann ist vielleicht diese Person nicht die richtige, mit der du das zusammen bearbeiten kannst, weil wenn du den ständig auf Distanz bringen musst, dann machst du ja genau das gleiche, was die Männer mit dir gemacht haben. Mein Leben hat sich durch die Arbeit mit und an mir selbst total geändert. Job weg, Wohnung weg, wie gesagt, abgehauen und gereist wieder da. Neuer kleiner Freundeskreis, die alle ihr Päckchen mit sich tragen und stark auch mit Süchten zu tun haben. Das ist jetzt das, was ich anziehe. Gut, ich habe jetzt nicht, also soweit ich sehe, hast du jetzt auch nur die Videos gehört bisher. Vielleicht muss es dann schon ein bisschen mehr sein. Die Arbeit am Liebeschiff ist echt hart. Es ist nicht nur Videos gucken, so. Weiß ich nicht, was geht jetzt der Aus nicht hervor. Und wenn du immer noch Leute anziehst, die Süchte haben oder beziehungsweise nichts gegen Leute mit Süchten, aber das, was ich auch meinte, ist das eine gute Umgebung für dich gerade. Und vielleicht ist es auch ein bisschen Ego, dass er dir nicht gut genug ist. Ich schwinge nun anders und ziehe anscheinend Männer an, die es gut mit mir meinen. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Nein, ist doch gut. Aber jetzt muss es auch händeln. Und vielleicht sind sie doch zu nett. Also das Universum tickt oft in Extremen. Erst kriegt man so super Egoistische, dann kriegt man vielleicht Menschen, die zu nie, die in Anführungsstrichen sind. Und dann weiß man vielleicht erst so richtig, was man braucht. Vielleicht hast du jetzt sowas bestellt und das Universum hat erst mal sowas geliefert. Was aber, wenn ich das gar nicht auszuhalten vermag? Ja, in letzter Konsequenz. Also muss jeder, also, was soll ich sagen? Ich kann jetzt niemand von euch, also niemand von euch würde ich jetzt raten, dass der Beziehung führt, wo er vor die Wand läuft, wo er sagt, das ist einfach nur furchtbar. Ich halte es nicht aus. Warum soll man das machen? Aber ich sage auch immer gerne, wenn jemand jetzt partout weiter talkt, also weiß ich nicht, Pizza und Pommes, toxische Beziehungen, ein bisschen crazy Dating-Situation, Thrill, ey, wer das machen will, das muss jeder selber wissen. Also ich kann niemand und will niemanden zu seinem Glück zwingen. Ich mache ja aber nur Videos und mache da so Schubser. Aber letzten Endes, weiß ich nicht, also offensichtlich macht das ja nicht so einen Spaß mit dem. Dann weiß ich nicht, was der Sinn ist, wenn das so gar keinen Spaß macht. Ach ja, und auf meiner Reise betroge ich den jetzigen Mann auch noch mit meinem Ex. Also du musst echt dringend deine Minuspol-Anteile bearbeiten, weiß ich nicht, wo auch immer du das machst. Oder kannst auch mal Kurse reingucken, vielleicht wieder auf Modul 6 was für dich oder 4. Aber weißt du, das ist also, wenn du echt, wenn du, weiß ich nicht, wenn du nämlich treu bist, dann ist der einfach nett. Okay, er ist so nett. Aber wenn du jetzt so den Respekt vor ihm verlierst, dass du mit dem Ex fremd gehst, ey, dann wirklich das Ganze echt, also wirklich, dann musst du das echt beenden, ey. Das kannst du nicht, das ist doch scheiße. Das ist, Karma is the bitch. Also hinterher kriegst du das dann wieder. Und also, da würde ich jetzt echt mal hingehen und würde sagen, sorry, ich weiß nicht, ich kann dir einfach nicht treu sein. Lass uns das lassen. Und weil das ist echt, weiß ich nicht, das kann ja natürlich nicht gut heißen hier auf dem Kanal, aber das war sicherlich klar. Ähm. Wobei das keine Bewertung ist, das sind alle nur Menschen, aber logischerweise muss ich natürlich sagen, das wollen wir ja nicht anstreben, so, ne. Äh, sowas habe ich nie zuvor gemacht. Ich war immer treu. Ja, das ist eben was anderes, treu zu sein, wenn man, äh, pluspolig addicted ist, sag ich mal. Ähm, ist tatsächlich was anderes, als wenn man jemanden ganz Nettes datet. Das holt unter Umständen, ja, die eigenen ambivalenten, minuspoligen Seiten aus einem hervor. Jetzt musst du mit denen umgehen, aber Umgang ist nicht, mit dem Ex was anzufangen. Dann musst du echt sagen, okay, sorry, jetzt muss ich mal gucken, muss ich mal durchatmen, aber ich möchte jetzt diesen Mann schützen, der mir wirklich nichts getan hat. So, ne. Äh, ich will mal treu, fremdgehen ist absolut beschissen. Also, was ist da los? Habe ich mich falsch programmiert? Äh, gut, ich weiß jetzt nicht, was du genau gemacht hast, aber, wie gesagt, ähm, ich finde das jetzt schade für deinen Freund, so, ne, dass du ihn betrogen hast, aber, letzten Endes, es ist schon ein guter Weg, sich diese, dass man auch seine eigenen minuspoligen Seiten liest, weil nur dann kann man sozusagen alle Kanten abhobeln und nicht nur die eine irgendwie, ne, weil viele, die mal pluspolig waren, die sind dann so abgefuckt und frustriert und dann, äh, gehen die so komplett in Minuspol und merken es unter Umständen gar nicht und denken immer noch, sie werden, äh, weiß ich nicht, hätten Recht darauf, das zu machen, aber überhaupt keine Bewusstsein, das hast du natürlich schon, nur irgendwie musst du es auch umsetzen, ne, und wird dann nicht jetzt einfach weiter fremdgehen und sagen, oh, oh, was passiert hier, was passiert hier, sondern erst mal diese Situation auflösen, ne, weil den muss, also wie gesagt, eigentlich spielfähiges sauber halten, kann ich nur mal wieder sagen, ne, eins der Grundprinzipien, ich erkenne mich gar nicht wieder, weiß derzeit auch null, was ich will im Leben, ja, gut, das, wer weiß ja schon, äh, Ziele sind am Ende nur eine Möhre, der wir hinterherlaufen, ja, aber, was soll man hier machen, ne, ich meine, klar können wir hier, ist dein Leben, ne, musst du wissen, natürlich kannst du dich hier auf den Sandhaufen setzen und kannst jeden Tag 16 Stunden meditieren und keiner Möhre hinterherlaufen, aber Möhre beinhaltet ja immer, dass man diese Ziele nicht erreicht, also, ich weiß nicht, was du willst, ne, also, ich bemühe mich schon, äh, Ziele zu erreichen im Leben und wenn ich sie nicht erreichen kann, dann weiß ich nicht, ob ich darauf Bock hätte und wenn man sie erreicht hat, dann, ja, dann kommt vielleicht das nächste Ziel, aber was soll man ja auch sonst machen, also, es gibt immer, es gibt immer wieder ein neues Bedürfnis, so, so ist das hier, ne, wir sind hier halt eben nicht in so einem, äh, siebendimensionalen Blob, wo alles in Ordnung ist und das gehört halt zur Dualität dazu, dass es immer neue Ziele gibt, ne, aber, wie gesagt, wo möcht, wie möchtest du sein, was für ein Mensch möchtest du sein, das fragt das Universum dich jetzt, ne, ich träume von nichts Konkreterem, wünsche mir eine schöne Welt mit zufriedenen, glücklichen Menschen, ja, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir die schon längst, aber was kannst du jetzt dazu tun, also, wäre, glaube ich, jetzt immer wieder mein erster Gedanke wäre, hoffe ich zumindest, dass er da wäre, eigensprüfliche Sauber halten und nicht noch mehr Unruhe in die Welt bringen, ähm, von daher würde ich das wirklich jetzt beenden und dann, also muss ich jetzt auch nicht, man muss sich das auch selber verzeihen, so, ne, klar, äh, weil wir alle machen, wir alle machen mal Scheiße und Quatsch und in anderen Leben haben wir bestimmt noch viel mehr Quatsch und Scheiße gemacht, also insofern, aber, ja, da würde ich jetzt erstmal anfangen zu sagen, okay, jetzt trinke ich doch wieder so vom toxischen Brunnen und, äh, also nicht nur, dass du ihn betrügst, das ist ja auch noch mit meinem Ex wieder was angefangen, na, oder du musst dir halt in den Spiegel gucken, und musst sagen, ich hab keinen Bock auf Beziehungen, ich will einfach, äh, machen was ich will, dann musst du auch das, will kommuniziert werden nach außen, ne, hm, mein Leben lief bislang geradledig und von außen würde man sagen, top, Studium, Arbeit, Kinder, gutes Geld verdienen, tolle Eltern, besser geht's kaum, brauchen wir am Ende einen Beziehungspartner, ich kann dir das nicht sagen, brauchst du einen, weiß ich nicht, also, klar, biologisch sind wir so Herdentiere, aber, ich glaub nicht, dass du unbedingt einen Lebenspartner brauchst, geht doch ohne, Beziehungspartner, it's up to you, das ist das, was wir alle haben wollten, eine Freiheit zu entscheiden, und die haben wir jetzt mittlerweile, also, du musst nicht mehr aus irgendwelchen Standesgründen heiraten, du musst nicht mehr aus finanziellen Gründen mit irgendjemandem zusammen sein, und jetzt, weiß ich nicht, guck in den Spiegel und überleg dir, was du möchtest, und wenn du keinen festen Partner haben möchtest, dann mach das, und wenn du, ähm, einen suchen möchtest, der weder deine Verlustangst noch seine Bindungsangst anträgert, dann such den, aber dann, stell auch fest, dass der es scheinbar nicht ist, so, ne, erfüllt sich eher nicht immer nur irgendwelche Lücken, ja, wie gesagt, das macht ja sein, aber das ganze Leben besteht aus Lücken, also, wenn ich jetzt drei Tage nichts essen, dann ist auch eine große Lücke in meinem Bauch, und soll ich dann sagen, ach, es ist nur eine Lücke, ich esse jetzt keine Banane, nee, dann isst du auch die Banane, also, ich bin ja gar nicht so absolut, also, natürlich brauchen wir, haben wir Bedürfnisse, und die wollen wir befriedigt bekommen, und klar sollte man, also, vielleicht versuchen, so zwei Drittel seiner Bedürfnisse alleine abzudecken, aber ich sag nie, dass man 100% machen sollte, das finde ich auch unrealistisch, ähm, aber wie gesagt, das ist was nicht, was du für ein Leben führen möchtest, ne, suchen wir nach ihnen, weil wir Mangel nachwahrnehmen, ja, wie gesagt, ich meine, die Person möchte ich mal sehen, die 100% in der Selbstliebe ist, und gar keinen Mangel hat, äh, ja, vielleicht ist das Eckart Toll oder so, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, aber selbst er hat ja eine Frau, äh, also, vielleicht gibt es Menschen, die gar keinen Mangel haben, aber ich würde mal behaupten, hier in der Dualität gibt es immer einen kleinen Mangel irgendwo, und, ich frage mich, was ist denn Liebe in partnerschaftlicher Hinsicht, ja, das habe ich, wie ich es schon sagte, dem anderen das Beste wünschen, und danach handeln, also, ist schon schwer genug, auch Sex, ein körperliches Bedürfnis, am Ende auch eine Art Sucht, brauchen wir das wirklich, oder geht es darum zu erkennen, dass alles unwichtig ist, Leute, Sex ist doch was total Tolles, das ist, also, ich weiß gar nicht, warum sollte man an dem zweifeln, also, ähm, also, natürlich kann Sex nur Sucht sein, aber, äh, ich meine, das ist doch gerade, was die Erde ausmacht, dass wir hier die körperliche Liebe leben dürfen, das ist doch fucking großartig, so, klar, Sex kann auch nur Sucht sein, und eiskalt und so, aber, äh, dafür sind wir hier, dafür hast du auch das Ticket gelöst hier, und, ähm, das würde ich in Frage stellen, äh, was bleibt da am Ende, worum geht es denn hier überhaupt, keine Ahnung, wenn du es weißt, schreib mir nochmal eine Mail, bis dahin, durch die Vorschläge, versuchen, ein geiles Leben zu leben, das Beste daraus zu machen, was auch immer wir hier machen, wer weiß das schon, äh, falls du mir einen Namen geben willst, nämlich, äh, ist ja egal, ich hab dir jetzt einen Namen gegeben, ähm, genau, ja, halt die Ohren steif, lass dich unterkriegen, aber geh weiter, und, würde sagen, räum da erstmal auf, und dann, schaust du mal weiter, und in diesem Sinne, ganz bald wiedersehen, ا sait mal, Wir fahren dann auf, bis zum nächsten Mal an, Vielen Dank.